heute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem call of duty vanguard video möchte ich euch zeigen wie ihr das haupt ist auf der karte chino nummer ganz einfach lösen könnt und zwar fangen wir auch direkt mal an schritt nummer eins ist ihr müsst im spawnraum unten den weg zum ärztequartier freischalten also da ist eine tür leute da steht auch doctors quarters drauf und danach öffnet die tür und ihr seht da ist so ein roter monolith und diese müsste jetzt auch springen leute mit diesem boom kreischern und zwar wartet dafür am besten auf runde 5 und wenn ihr drei stück in der nähe getötet hat dann seht ihr dass diese verflechtungen an diesem schrein weg sind und nun müsst ihr drei ziffernräder finden und sie an diesem schrein da einsetzen das erste befindet sich hier hinten im ärztequartier und zwar in der ecke links hier neben der lampe das zweite teil befindet sich unten im spawn im schlafsaal hier neben dem wandkauf auf dem kleinen beistelltisch und das letzte teil befindet sich gegenüber vom pecker punch auf diesem kleinen tisch hier wenn ihr dann alle drei ziffernräder gesammelt habt dann geht hier wieder zum ärztequartier nach draußen umfügt diese zahnräder dann hier die ziffernräder dann ein und nun müsst ihr drei symbole finden leute und zwar gibt es für diese symbole auch eine übersetzung und zwar sind die hier auf diesem tisch im ärztequartier da müsst ihr einen molotow drauf werfen oder ein termin und dann erscheinen da die kompletten übersetzungen der zeichen die ihr nachher brauchen werdet um diesen schritt nicht zu machen habe ich das jetzt hier noch mal eingeblendet leute könnten screenshot machen oder das video pausieren um euch die übersetzung dann anzuschauen soll leute das erste symbol befindet sich unten im spawn beim ausgrabungsraum auf diesem tisch schießt dafür diese bücher weg macht euch ein screenshot von diesem zeichen oder zeichnet es euch einfach auf und merkt euch das leute das zweite symbol befindet sich rechts auf der werkbank neben pecker punch und das letzte symbol befindet sich im gemeinschaftsraum hier auf diesem tisch wenn ihr dann alle symbole aufgeschrieben habt dann geht wieder zurück zum ärztequartier nach außen interagiert hier mit diesem rad und wenn ihr das macht leute greifen euch gar keine zombies an also ihr könnt das auch mit in der runde machen und jetzt schaut eure symbol an und auf die übersetzung welches symbol das genau übersetzt ist und tragt das dann ein die symbole gibt es nicht doppelt leute also keine angst und ihr könnt halt je nachdem welches teil vom rad ihr anvisiert ist mit g oder mit kuh drehen und wenn ihr dann die richtige reihenfolge hier in die mitte gemacht habt und danach interagiert dann kommt so ein roter nebel und ist von so ein altar hier je nachdem wie viele leute ihr seid spornen mehrere altare und alle leute müssen dann hier in diesem bereich sein leute und gleichzeitig mit dem altar interagieren jedoch braucht mindestens einer von euch die wunderwaffe wie ihr die wunderwaffe bekommt habe ich euch in die videobeschreibung verlinkt so wenn ihr dann die zeremonie gestartet habt dann spornen eine menge zombies in diesem bereich und ihr müsst auf die zombies ausschau halten die blau leuchten und neben dem altar töten um dieses aufzuladen so leute wenn ihr das ganze nicht schaffen sollte zu langsam sein solltet könnt ihr das in der nächsten runde wieder machen und wenn ihr es schafft dann sporn so eine blaue kugel dann kommt erst mal so ein dialog leute da müsst ihr bisschen warten und als nächstes müsst ihr zwei spiegelteile finden leute um teil nummer eins zu finden müsst ihr zu fischer hätte nach draußen ihr habt ihr diese falle aktiviert diese falle und ihr müssen eine menge zombies töten rutscht runter durch und am ende hier seht ihr einen brunnen und die zombies fliegen in diesem brunnen rein und ihr füllt diesen brunnen mit zombie blut und dieses zombie blut braucht die leute geht dann zum brunnen trinkt von dem blut und danach läuft hier im sportbereich rum und hier irgendwo sollte eine rote kugel sein geht sucht die kugel wenn ihr sie gefunden habt interagiert mit der kugel und dann wird sie sich wegbewegen ihr müsst der kugel jetzt folgen und solange die kugel sich bewegt leute spawnen diese boom crash also passt auf und wenn sie dann am ende stehen bleibt interagiert damit und ihr habt spiegelteil nummer eins kommen wir nun zu spiegelteil nummer zwei und zwar müsst ihr hierfür auch im zombie blut sein leute und unter dem spawn in der kommando zentrale befindet sich eine karte schaut euch diese karte an und dort ist ein x markiert das ist jede runde anders und dort befindet sich der zweite spiegel also bei mir ist es oben im spawnraum lauft rum leute die sind immer ziemlich versteckt also schaut in die luft und ihr hört das dann auch da habt ihr so ein blaues leuchten diesen spiegel schießt sich einmal ab und danach geht der spiegel runter und ihr könnt den aufheben der effekt vom zombie blut hält etwa 30 sekunden leute und wenn er dann weg ist könnt ihr einfach wieder trinken und wenn kein blut mehr im brunnen ist dann könnt ihr einfach wieder die fall aktivieren und den brunnen mit blut füllen wenn ihr dann beide teile ab geht hierbei pecker punch zur ausgrabungsstätte hier habt ihr ein podium zieht eurem spiegel und ist eine blaue kugel wenn ihr vier spieler seid dann spawnen vier blaue kugeln und jeder muss seine blaue kugel selber machen leute interagiert mit der kugel diese wird jetzt nun in die luft schweben und in eine richtung fliegen merkt euch die richtung in welcher die kugel fliegt und rennt in diese richtung und findet die kugel ihr habt nicht so lange zeit leute also ihr müsst euch beeilen und wenn ihr die kugel gefunden habt dann schießt sie ab und sie wird wieder verschwinden also ganz schnell wieder hinterher leute schießt die kugel noch einmal ab das ganze müsst ihr glaube ich drei mal machen und wenn ihr das dann zu ende gemacht habt dann fliegt die kugel wieder zurück zur ausgrabungsstätte und wenn ihr damit der kugel interagiert dann kommt auch schon der boss fight dieser boss fight ist in drei phasen unterteilt in phase 1 spawnen zombies die blau leuchten und diese zombies müsst ihr dann mit der wunderwaffe töten und wenn ihr genug blaue zombies mit der wunderwaffe getötet habt dann spawnt so eine blaue kuppel und in dieser blauen kuppel ist der boss angreifbar nimmt dafür eine normale waffe wenn ihr genug damage gegeben habt endet die phase 1 und wenn ihr es geschafft habt dann spawnen eine menge perks und falls ihr es nicht geschafft hat fort nur einen max money und ihr müsst runde 1 wieder wiederholen aber kein problem leute den schaden den ihr beim ersten versuch zugefügt habt der bleibt noch also falls sie das bei der ersten phase nicht geschafft habt und dann müsst ihr halt wieder die blauen zombies töten und wenn die blaue kuppel wieder kommt dann hat er noch den schaden von vorher und die geht schneller dauern in phase 2 spawnen nun blaue boomcrischer ihr macht wieder dasselbe ihr tötet so viele boomcrischer wie möglich die blaue leuchten mit der wunderwaffe bis die blaue kuppel kommt dann könnt ihr dem boss wieder damage zufügen ich mache das auch mit dem äther schleier dann kann ich in ruhe auf ihn drauf schießen und wenn ihr phase 2 auch beendet habt dann spawnt wieder eine menge perks hier leute eine menge power ups die ihr aufnehmen könnt und wir kommen zu phase 3 und in phase 3 spawnen die maschinengewehr zombies im blau und hier macht ihr wieder das gleiche ihr tötet so viele blaue maschinengewehr zombies mit der wunderwaffe bis wieder die blaue kuppel kommt und dann schießt wieder den zombie ab also den boss zombie ab den echo aktiviert am besten so wie ich euren äther schleier damit in ruhe drauf schießen könnt und wenn ihr dann genug damage gemacht habt dann stirbt er und ihr habt das easter egg beendet leute beendet kommt dann noch eine kleine cutscene und dann könnt ihr auch diesen spiegel aufheben und ja das war's leute ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch mit dem video weiterhelfen falls ihr irgendwelche fragen habt könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben und falls du noch kein abo beim erst kannst du das jetzt an dieser stelle ändern und die glocke aktiviert um in zukunft nichts mehr zu verpassen viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal